Hallo liebe Freunde von Mühlberg News, hier sind wir wieder. Hallo Anessa. Wahnsinn, den Satz haben wir auch lange nicht mehr gesagt. Ja, stimmt. Und jetzt werdet ihr euch bestimmt fragen, wo sind denn die? Nein, wir sind nicht auf Mallorca. Ihr merkt, es ist zwar ein Sturm, man könnte meinen, wir sind hier am Meer, aber nein, wir sind hier mitten in Mühlburg. Ja, genau. Und wir dachten uns, der letzte Sommertag, richtig heiße Tag, den möchten wir hier in Mühlburg in einem schönen kleinen Waldstück. Ja, und wir legen eigentlich gleich los mit den Nachrichten. Also, liebe Vanessa, fang an. Und zwar gibt es ein neues Landesprogramm, das auch Projekte in Mühlburg und Rindheim unterstützt. Denn es wurde ein Verfügungsfonds vom Land eingerichtet und aus diesem werden Projekte zur Aktivierung bürgerlichen Engagements, zum Beispiel ein Bürgerzentrum oder sowas, finanziert. Ganz tolle Sache vom Land. Ehrenamtliches Engagement muss man einfach unterstützen. So sehe ich das auch. Und wir hoffen natürlich, dass einer von uns vom Bürgerverein da auch Mitspracherecht hat, um zu schauen, wo das Geld natürlich hinkommt. Ja, freies WLAN für Flüchtlinge heißt es hier so schön. Die Kultfraktion befürwortet den Plan des Landes. Finde ich auch eine ganz tolle Sache. Aber jetzt muss ich eins sagen, ich habe mehrere Anrufe bekommen von Bewohnern in Mühlburg. Und ja, da gibt es einen Teilbereich in der Rheinstraße. Ich sage jetzt nicht wo, aber da ist freies WLAN. Und da haben wir ein Problem, nämlich, dass sich da einfach die Flüchtlinge tagsüber und auch nachts versammeln und dort wegen dem WLAN, ja, dort telefonieren und, und, und. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr dort schlaft und plötzlich stehen da 10, 20 Leute, das macht dann keinen Spaß. Also liebe Kultfraktion, wirklich tolle, tolle, tolle Idee. Aber aufpassen, sind noch andere da. Ja. Dann die Bundesdrogenbeauftragte, ich wusste gar nicht, dass es sowas auch gibt, fordert ein Rauchverbot in Autos, wenn Minderjährige mitfahren. Eigentlich gehört es doch zu den logischen Konsequenzen, wenn man ein Elternteil ist, nicht im Auto zu rauchen, wenn das Kind nebendran ist. Aber anscheinend müssen wir mittlerweile fast alles per Gesetz verbieten. Ja, leider, leider. Aber gut, aber jetzt kommt was ganz, ja, also Wichtiges, Unverschämtes. Und zwar, es sind Telefonbetrüger wieder unterwegs und die geben sich als Microsoft-Mitarbeiter aus. Also liebe Leute, wenn euch jemand anruft und sagt, ja, here speaking oder here, sagst du, wie heißt das auf Englisch, here speaks some Microsoft, was weiß ich was. Glaubt nicht daran, die rufen euch nicht einfach aus Amerika an. Nein, das sind Trickbetrüger, die wollen nämlich an euer Konto, die wollen an euer Geld und sonst gar nichts. Also, bevor ihr am Telefon irgendwas sagt und an Microsoft weitergebt, glaubt mir eins, es ist nicht Microsoft, ganz bestimmt nicht. Ich glaube, das nächste Thema überlasse ich auch dem Massimo, da er schon so hitzig in der Diskussion ist. Ja, und zwar der Bolzplatz in Mühlburg. Also, schön, dass sich so viele Menschen sich bei mir jetzt melden und sagen, lieber Herr Ferini, wir müssen was tun, der Bolzplatz muss erhalten bleiben und, und, und. Ich gebe euch vollkommen recht, nur, es tut mir leid, jetzt ist es zu spät. Seit fünf Jahren kämpfe ich dafür und nun ist es wirklich zu spät. Dieser Bolzplatz wird umgebaut, definitiv, und zwar in einem Mühlburgplatzplatz. Ja, ich brauche euch bestimmt nicht zu sagen, wie es da drin bei mir aussieht, sage ich lieber nicht. Aber eins möchte ich dazu sagen, Applaus, 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 ja, ihr wisst, an wen ich meine. Ach so, ja, und vielen Dank noch für diesen anonymen Brief, den ich bekommen habe. Sehr mutig, sehr mutig von den Mitbewohnern, sich anonym bei mir zu melden, finde ich ganz, ganz toll. Ja, das war's schon. Das war's schon. Wir wandern ein bisschen weiter hoch den Grünstreifen und erfreulicher wird's damit auch. Wir gehen nämlich zur Kerbe über. Ja, genau. Was passiert denn freitags alles so, Massimo? So, also wir fangen natürlich an mit unserem Seniorennachmittag um 14 Uhr. Liebe Senioren, ich weiß, die meisten von euch haben kein Internet, aber wir werden es euch trotzdem rüberbringen. Und zwar 14 Uhr, Seniorennachmittag mit einem super tollen Zauberer, nur für euch engagiert. Und Kaffee und Kuchen umsonst. Ist das nicht was? Das ist was. Ja, 19 Uhr auf der Bläserchor St. Peter und Paul. Und 1930 Fassanstich durch den Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup. Und im Anschluss, das finde ich eine ganz, ganz riesen Geschichte. Wir haben sie nämlich, Verwandlungskünstlerin Shirley Cartier und Griselda Grishini de Voice. Also, ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Ich glaube, wir müssen uns etwas beeilen, weil Aladin macht schon so komische Handbewegungen. Wir müssen Gas geben. Okay, aber dafür muss noch Zeit sein, denn die Hausband Against the Wind ist natürlich auch wieder den ganzen Abend dabei. Natürlich. Und weiter. Samstag fangen wir ganz früh an mit dem Kervelauf ab 11 und natürlich dem Flohmarkt. Vorletztes Jahr, so ein Zwei-Ständel. Letztes Jahr war es ein bisschen besser. Also, dieses Jahr hoffen wir auf viel Zuspruch. Ja. Dann ab 14 Uhr der Jugendnachmittag auf der Bühne. Ja. Ab 19 Uhr haben wir Oldies but Goldies. Genau. 50er und 60er Jahre sind es, richtig? Aber wir machen ja sowieso eine Sondersendung zur Kerbe. Ich sage euch jetzt nur noch ganz schnell, am Sonntag ist wie immer die Mühlburger Karnevalsgesellschaft dabei, was ich mich auch immer ganz toll freue. Und natürlich, ja, der Montag, sonst bekomme ich Riesenärger mit dem Wurstel. Und zwar die Kerbeschlachtplatte und Metzelsuppe. Ja, und wir machen ja ein Extraprogramm für die Kerbe. Dann bekommt ihr noch einige Dinge von uns gesagt. Ja, der Aladin wird schon ganz nervös. Ja, okay. Ich mache weiter mit den Geburtstagen. Und zwar die liebe Sandra vom Subbadisch. Und natürlich die allerliebste Ursi. Alles Liebe und Gute von uns. Ja, und leider dürfen wir ab sofort keine Geburtstagsgrüße mehr senden. Wenn ihr nicht selber damit einverstanden seid. Das heißt, ihr müsst mir schreiben, ja, lieber Massimo oder liebe Vanessa, ich möchte genannt werden. Und dann dürfen wir. Wir haben nämlich ein paar ganz, ja, fast böse Briefe bekommen. Bescheidene Beschwerden, nennen wir es so. Genau, genau. Und bei der Kerbe bitte nicht vergessen, natürlich haben wir auch den verkaufsoffenen Sonntag für euch. Auch ganz, ganz wichtig. Weißt du, wie der KSC gespielt hat? Reden wir nicht darüber. KSC, lassen wir es lieber bleiben. Aber ich muss es jetzt ganz schnell machen. Wir sind weiter. Das Wetter heute zum letzten Mal. Tolles, tolles Wetter. Ab morgen schlecht, kalt, kühl, Regen, Wind. Alles ist da. Der Sommer ist vorbei. Okay, das war es. Das war jetzt aber sehr ernüchternd. Ja, okay. Aber schaut, was wir hier haben, ist doch toll. Also, ich sage Tschüss, Tschüss, Ciao, Ciao, Bye, Bye. Und jetzt bekommen wir noch Besuch. Halbi, Hallo. So, also, Ciao, Ciao. Tschüss.